Heute mit dem Nebel und ein bisschen feuchter Schnee ist es sehr schwierig zu präparieren und man muss sich sehr stark konzentrieren. Aus einer schlechten Piste eine gute Mache, wenn man selber gerne Skifährt, dann ist man sehr zufrieden, wenn eine gute Piste rauskommt. Wir sind hier auf einer schwarzen Piste, die Piste ist recht ausgefahren, es gab vor kurzem noch ein bisschen neue Schnee. Meine Aufgabe ist, den Schnee zu verteilen oder die Unebenheiten auszugleichen mit dem Pflug und auf der anderen Seite mit der Fräse wieder ein sauberes Bild abzugletten. Eigentlich hat es dem Gast morgen wieder eine super Piste vorgefunden. Es ist also nicht nur einfach darüber reinzufahren, es ist eine rechte Arbeit dahinter, wo man eigentlich gar nicht denkt oder den Gast den Skifahrer gar nicht sieht. Die Schwierigkeit ist natürlich so ein grosses Gefährt, der etwa um die 13 Tonnen zu beherrschen und fein zu fahren mit dem. Das ist nicht so einfach wie es aussieht. Es sind doch ein paar Geräte, die ich bedienen muss. Es ist einerseits der Pflug, es ist die Fräse, es ist die Winde und es ist das Fahren auch noch, was dazukommt. Es sind doch ein paar Faktoren, die hier zusammenspielen. Es ist jetzt meine zwölfte Saison bereits. Und es verleidet mir einfach nie. Also so ein Tag wie heute, das ist natürlich traumhaft. Das ist einmalig. Das ist auch das, was ich geniesse. Das muss man einfach geniessen. Das sind Momente, die könnt ihr niemand nehmen. Wenn es wieder Wüste ist und stürmt und Nebel hat, denkt man wieder an solche Tage zurück. Es gibt einem auch etwas Kraft und Motivation, was einem diesen Job nicht verleidet. Man muss ein wenig der Typ dazu sein für diesen Job. Das ist ja so. Es kann einsam werden, aber es kommt immer darauf an, wie man sich darauf einstellt. Ich meine, es sind nicht viele Stunden, die wir alleine sind. Wir gehen wieder zusammen zur Nacht nehmen oder haben einen Funkkontakt. Oder sehen uns beim Vorbeifahren. Es ist nicht so schlimm, wie man das vielleicht denkt. Für mich ist es nicht ein Müssen zu arbeiten. Für mich ist es ein Müssen zu arbeiten. Das ist wirklich eine grosse Leidenschaft für mich. Es ist nicht so schlimm, was es ist immer wieder so schön, wie man das binden kann. Also, das ist es, das ein Gericht, ist nicht Speaker. So, das ist das Problem. Und das ist das Problem.